Applaus Mir hat es ganz toll gefallen. Ich fand es war ein tolles, junges Ensemble auch und mit ganz tollen Stimmen. Die Produktion war spritzig. Ich kann meine Begeisterung gar nicht in Worte fassen. Kann ich jedem nur empfehlen hinzugehen. Sehr schöne, sehr schöne Oper. Sehr schöne Inszenierung. Und was natürlich die Überraschung war, ist, dass der Dirigent, wenn er so kurz vor der Premiere einspringt, das so toll macht. Großartig, genau, leicht, mit sehr viel Humor, mit sehr viel Musikalität, schauspielerisch, sehr gut gearbeitet. Manche fand ich wirklich großartig, also richtig schauspielerisch umwerfend geradezu. Ich habe mich sehr gefreut und habe mich geärgert über die Buhs. Also da gibt es andere Aufführungen, bei denen man buhen kann, aber nicht bei der. Ich fand es unglaublich. Ja, es war meine erste Oper. Und ja, es war eine wirkliche Erfahrung. Ich fand es fantastisch. Ich fand es einfach, weil, normalerweise eine Bel Canto-Opera kann ziemlich abhängig. Aber wie Josi Wieler machte all diese wunderbare Comic-Momenten, die so musikalisch sind, ich wirklich liebte. Es war wunderbar, es war excellent, und die Performance war sehr schön und professionell. Ich habe die Show sehr genutzt, sehr genutzt. Ich habe die Show sehr genutzt.